Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr die WordPress Multisite aktivieren und konfigurieren könnt. An dieser Stelle auch mal wieder ein großes Dankeschön an Contabo für das Unterstützen auch dieser Tutorial-Serie. Contabo ist ein deutscher Anbieter für Linux als auch Windows Server und egal ob für kleine, mittlere oder große Projekte, Contabo hat viele Serverprodukte mit verschiedenen Konfigurationen zum attraktiven Preis im Angebot. Ich bin selbst mittlerweile seit anderthalb Jahren Kunde bei Contabo und kann euch den VPS MSSD für 8,99 im Monat empfehlen. Falls ihr auch noch nach einem Server für eure Projekte sucht, checkt auf jeden Fall meinen Partner-Link in der Beschreibung aus. Falls ihr etwas darüber kauft, unterstützt es nämlich kostenlos. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Falls ihr überhaupt nicht wisst, was WordPress Multisite überhaupt bedeutet, das ermöglicht es euch eigentlich mehrere WordPress Websites auf einem demselben Server zu betreiben und WordPress bringt dieses Feature direkt mit. An der Stelle nochmal wichtig, ich zeige euch das Ganze hier an einer bereits bestehenden WordPress Instanz. Falls ihr also überhaupt nicht wisst, was es ist oder wie man das Ganze installiert, dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht. Link dazu unten in der Beschreibung. Und wie zu eigentlich allen Tutorials, gibt es dazu auch wieder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf meiner Website, so auch bei diesem Video. Im ersten Schritt werde ich mir jetzt direkt eine Subdomain anlegen, über die meine zweite Website dann nachher erreichbar sein soll. Dafür habe ich mich jetzt hier bei Cloudflare bereits eingeloggt und meine Domain hier ausgewählt und beginne jetzt damit, die Subdomain hinzuzufügen. Dafür klicke ich auf Eintrag hinzufügen, belasse das Ganze bei Typ A. Bei Name kommt der Name meiner Subdomain hin. Ich wähle jetzt einfach mal Blog aus. Bei IPv4-Adresse kommt die IP-Adresse eures Servers hin. Und den Proxy-Status setzt ihr auf nur DNS. Speichert das Ganze und dann sind wir hier schon fertig. Im nächsten Schritt müssen wir einen Virtual Host einfügen, der Apache mitteilt, dass es da eine Subseite gibt und der ermöglicht es uns dann unter anderem auch, ein SSL-Zertifikat für die zweite Seite dann zu installieren. Ich habe hier jetzt schon eine Konfigurationsdatei vorbereitet. Diese findet ihr natürlich auch kostenlos zum Donut auf meiner Website. Und ich bearbeite das Ganze jetzt hier mit Notepad++, beziehungsweise in meinem Fall habe ich hier jetzt eigentlich schon alles eingetragen. Ihr müsst natürlich hier einmal eure E-Mail-Adresse eintragen, hier euren Pfad eintragen und hier eure Domain eintragen, beziehungsweise eure Subdomain. Wenn ihr das dann abgeändert habt, könnt ihr das Ganze mit STRG-S speichern und wir können hier auch schon raus. Im nächsten Schritt musste ich mich jetzt mit WinSCP mit meinem Server verbinden und ihr könnt natürlich auch ein anderes FTP-Programm eurer Wahl benutzen. Und hier musste ich dann in den Ordner ATC Apache 2 Sites Available navigieren und die gerade eben erstellte Konfigurationsdatei hier hochladen. Das ging relativ schnell und dann sind wir hier auch schon fertig. Wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt die gerade eben eingefügte Konfigurationsdatei aktivieren. Das machen wir mit folgendem Befehl. Also a2nsite und dann den Namen der Konfiguration, also in meinem Fall multisite.conf. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir Apache 2 noch einmal reloaden. Den Command dafür bekommen wir direkt und haben das dann auch schon gemacht. Im nächsten Schritt installieren wir ein SSL-Zertifikat für die Subdomain. Dafür geben wir z-word-minus-apache ein, wählen hier die Subdomain aus, für die wir ein Zertifikat installieren wollen, also blog.realtm.exe2 und richten hier noch eine automatische Weiterleitung auf die sichere Seite ein, also auch wieder die 2 und dann ist das Zertifikat schon installiert. Bevor wir gleich im Browser weitermachen, müssen wir noch einen Codeschnipsel einfügen, den Multisite überhaupt erstmal aktivieren. Das ist dieser Codeschnipsel, den kopiere ich mir mal. Dieser Codeschnipsel muss in die wp-config, der sich im Ordner eurer WordPress-Instanz befindet. In den meisten Fällen war www.html. Wenn wir im Ordner angekommen sind, können wir mit nano wp-config.php das Ganze auch öffnen. Und wir müssen bis zu dieser Linie scrollen, also über das war's, Schluss mit dem bearbeiten, viel Spaß. Hier machen wir ein wenig Platz und fügen die Codesseite, die wir uns kopiert haben, ein. Und mit STRG-X, Y und Enter können wir das Ganze speichern und danach reload ich einmal Apache. Wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir unsere Website ansurfen. Wichtig ist, ein wp-admin dahinter zu schreiben, um ins Admin-Interface kommen zu können, beziehungsweise in den Login dazu. Hier loggen wir uns ein und können dann hier über Werkzeuge fahren und sehen den Punkt Netzwerkeinrichtung. Hier können wir draufklicken und können hier einige Sachen auswählen. Als erstes können wir auswählen, ob wir das Ganze mit Subdomains haben wollen oder mit Unterverzeichnissen. Also ob die verschiedenen Seiten sich zum Beispiel durch Site 1 oder Site 2 dann unterscheiden sollen. Hierfür haben wir jetzt zum Beispiel blog.realtm.xyz ausgewählt. Oder eben ob das Ganze mit Unterverzeichnissen sein soll, also die normale Domain mit einem Slash-Dainter. Hier der kleine Hinweis, das habe ich nachgelesen. Wenn die WordPress-Instanz älter als ein Monat ist, dann geht das Ganze wohl scheinbar nicht. Und ihr müsst Subdomains benutzen oder setzt die WordPress-Website neu auf. Ich entscheide mich jetzt hier für die Subdomains und hier kann ich noch ein paar Sachen auswählen, nämlich den Netzwerktitel. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Tutorial-Netzwerk. Und hier tragt ihr eure Administrator-E-Mail-Adresse ein. Bei mir passt das. Ich klicke also auf Installieren und bekomme hier direkt ein paar weitere Anweisungen. Die Warnung hier oben können wir ignorieren und machen einfach hier weiter. Hier müssen wir jetzt wieder ein paar Code-Blöcke einfügen und hier steht auch ganz genau, wo die rein müssen. Der erste Code-Block, also der ganze Code-Block hier, muss wieder in die WP-Config, die sich in www.html befindet. Das ist also wieder die gleiche Datei, wo wir gerade eben diesen Code-Schnipsel hier eingefügt haben. Ich habe jetzt ein wenig Platz gemacht, mache einen Rechtsklick und füge das damit ein. Und kann mit STRG-XY enter das Ganze wieder speichern und reloade Patchy noch einmal. Den zweiten Code-Block, den wir einfügen müssen, den bekommen wir auch direkt. Okay, ich kopiere mir den und der muss diesmal in die htaccess-Datei, die sich im selben Ordner befindet. Ich gehe also wieder in Putty und gebe nano.htaccess ein, kann autocomplete drücken. Und wichtig ist hier, dass wir alles ersetzen müssen. Das heißt, wir müssen diesen kompletten Text, der hier drin steht, komplett rauslöschen und den neuen Text sozusagen einfügen. So, ich habe jetzt alles rausgelöscht, beziehungsweise die Sache mit der Rauter, davor hätte man auch stehen lassen können, habe ich jetzt einfach mal weggemacht. Mit Rechtsklick füge ich das ein und mit STRG-XY enter speichern wir das wieder und können Patchy einmal wieder reloaden. Wenn wir alle Sachen richtig eingefügt haben, müssen wir jetzt hier unten auf Anmelden klicken und uns erneut anmelden. Wenn wir das gemacht haben und alles geklappt hat, sehen wir hier oben ein neues Menü, nämlich meine Websites, die Netzwerkverwaltung und dann die ganzen Websites. Wir haben jetzt die Standard-Website, die wir vorher auch schon hatten, also die es immer von Anfang an gibt. Aber wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, hier mehrere Websites hinzuzufügen. Hierfür gehen wir auf die Netzwerkverwaltungen, auf die Websites und können auf Neu hinzufügen klicken. Hier muss jetzt die Website-Adresse hin, also beziehungsweise die Subdomain, die wir gerade eben erstellt haben, in unserem Fall Blog. Hier können wir einen Titel wählen, Blog-Test, wählen die Sprache der Website und eine Administrator-E-Mail-Adresse. Die ist bei mir jetzt hier gleich und wir können auf Website erstellen klicken. Hier oben bekommen wir die Bestätigung, dass die Website erstellt wurde und die sollte jetzt hier auch auftauchen, nämlich hier. Die können wir uns auch einmal angucken. Und wir sehen, die Domain funktioniert. Wir haben hier bereits ein SSL-Vertifikat installiert und alles funktioniert wunderbar. Ich teste das Ganze jetzt spaßeshalber mal aus, indem ich hier auf meine Websites gehe, auf Tutorial und ins Dashboard gehe und hier einfach mal eine Seite jetzt erstelle. Die nenne ich jetzt zum Beispiel einfach mal Test und schreibe hier Test 1 rein. Öffentliche das Ganze so. Und dann kann ich hier auch noch die Blog-Seite auswählen, also die zweite Seite. Gehe hier auch auf Bestellen, gebe hier Test 2 und Test 2 ein. Warte, hier mache ich das noch weg. So, veröffentlichen. Und dann können wir das Ganze mal ausprobieren. Also realtm slash test. Da steht jetzt Test und Test 1. Und wenn ich hiervon noch einmal Blog eingebe. So, blog.retm und das Ganze hieß Test 2. Hätte ich aber auch Test 1 nennen können, weil das sind ja so gesehen zwei unterschiedliche Websites. Sehen wir, das Ganze hat auch geklappt. Das soll es dann von diesem Tutorial aber auch gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwo Hilfe braucht, schreibt mir gerne einen Kommentar oder joinet mal im Discord. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Das war's.